Was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video von mir und zwar geht es heute um Cero El Mero. Der soll nämlich heute Abend einen neuen Song releasen. Das Ganze heißt Nokia, kommt um 23.59 Uhr, könnt ihr dann natürlich überall auf allen Streaming-Plattformen euch reinziehen. Das Ganze wird auch auf YouTube kommen, denke ich, mit einem Musikvideo. Und ich muss schon sagen, der letzte Track von ihm hat mich nicht so überzeugt, bin ich ganz ehrlich. Dein Fahrer war das, glaube ich. Aber der neue Song, der bringt schon einiges mit. Ich würde diesmal auch nicht so viel rumschwätzen, wir hören einfach mal direkt rein. Ja. Also, das war auf jeden Fall. Das war die Hook gewesen und ein kurzer Ausschnitt von seinem Rap-Part. Die Hook bringt schon auf jeden Fall einen Ohrwurm-Faktor mit sich. Also, meiner Meinung nach ein echt guter Track, der auch rauf und runter auf Spotify laufen kann. Natürlich versuchen die Künstler immer, dass man natürlich solche Tracks schreibt, dass die natürlich rauf und runter auf Spotify-Playlisten laufen. Und man so große Streaming-Zahlen erreicht. Ist ja ganz logisch. Und die Hook bringt auf jeden Fall so einen Faktor mit sich, was auch die ganze Zeit rauf und runter gespielt werden kann. An sich ein echt guter Track. Also, den finde ich echt gut. Besser als den letzten. Den kann man sich echt gut geben. Und ich denke, der wird auch erfolgreicher sein. Dann würde ich sagen, hören wir uns noch einen zweiten Part von ihm an. Ich gehe mal vor zu, ja, 1 Minute 25. Also, das kommt echt geil. Auch der Übergang finde ich übertrieben gut. Dann die Hook, die ist auch gelungen. An sich ein echt geiler Track. Könnt ihr heute Abend auf jeden Fall ab 23.59 Uhr überall streamen. Auf Spotify, iTunes etc. Und wie gesagt, also, ich finde, das ist ein echt gelungener Track. Und in diesem Sinne, Peace und bis zum nächsten Mal.